herzlich willkommen zu einem neuen let's play von omsi 2 heute sind wir unterwegs in bremen auf der linie 677 vom bahnhof der gesagt nach beckerdorf ja wir fahren mit dem alten m1 auf jeden fall mal heute genau und ja ihr könnt euch auch mal ganz gerne auf den kanal von mobil tv mal die videos angucken müssen busfahrer aus apolda ich mache einfach mal den link in die video beschreibung der erklärt auch das eigentlich ganz cool auch nicht nur die die fahrzeiten erklärt er erklärt auch sehr viel was über die stadt ist was auch mal damals alles da war jetzt in den videos auf jeden fall könnt euch ja gerne mal anschauen wie gesagt ich verlinke das ganze mal und genau wir können auch kurz mal schnell drauf schauen vielleicht haben wir ja kurz noch schau mal schnell wo er ist irgendwo hier ist er wie gesagt schaut euch gerne mal da vorbei ganz interessante videos ich finde es ganz cool und ja schaut gerne vorbei wir sagen gehen wir zurück zu omsi weiter geht's so erfahrt ja ja das hier ist der mainzer bus mit einer sound mod drinnen euro euro 3 müsste es sein ja euro nur um drei waren vier gang volt getriebe kommen jetzt schaffen wir jetzt noch weil sonst stehen wir ewig hier gerhard rohls straße so da mal bremen das jahr 2021 fahren hof datei ist bremen 2018 aber auch die neuen ansagen drinnen also das letzte video ich habe ja den tag ein video gemacht also performance verbessern ist am start auf jeden fall sehr schön gefällt mir sehr sehr gut genau wobei und das jetzt noch mal ein paar andere noch entgegen kommt eigentlich wo hinten fahren wir links gustav heinemann bürgerhaus ein straßen bremse natürlich da haben wir ja dass man hier an straßen ausbesserung haben euch ist cool schauen wir mal passt aber ganz gut hier also laut dieser stop tun ab jetzt sind wir zu spät so Hallo, guten Tag. Hey Jo, was geht? Auch wenn ich schon alt bin, würde ich schon gerne an mein Ziel ankommen. Ja, das kommen sie doch natürlich, so alles super. Kann nochmal passieren. Eine Güte. Das muss ja natürlich auch pünktlich sein. Die Ampel dauert mir ein bisschen hier. Oh. Ja. 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 Guten Morgen! Ja, mal gucken, vielleicht streamen wir morgen mal ein bisschen. Bahnhof Aumund, Übergang zur Regio S-Bahn. Ähm, ja. Ja, Streams sind aber bei mir sehr, sehr spontan. Das auch nur alle paar Monate eigentlich. Ja. Wir fahren jetzt mit einem schönen Wiesbaden repaint. Das ist ja cool. Deckt mir. Ja. Wir können ja kurz mal reinhauen. Ich glaube natürlich, dass es auch hier nicht abstürzt. Das ist ja natürlich jetzt nicht so schön. Wir sollen mal kurz warten, dass die Phase ist. Ach, Mann. Bitte nicht. Wenn ich schon diese weißen Menschen da sehe, ein Mensch, der sich mal nicht abstürzt hat. Jo, wahrscheinlich. Das Spiel, also das kostet mich auch mittlerweile echt Nerven. Ja, also. Ähm, ich wollte sagen. Die Fortsetzung von Let's Play folgt auf jeden Fall noch. Ja, wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, lasst euch gerne ein Abo da und einen Daumen oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis. Ja, ich freue mich. Ja, glaube ich. Ja, ich freue mich. Vielen Dank.